So willkommen zurück zu Open Game Night, ich bin der Mo, ich bin der Hector, grüß Gott und wir spielen Dead Nation Apocalypse Addiction auf der PS4 so nebenbei, kann man im Shop runterladen. Im Shop, wie viel waren es? 14,95 glaube ich. Echt? Ja. Ah, okay. Ja, 15 Euro. Ich habe auch mit noch Don't Starve Together Co-op Edition PS4 Console Dings. Gerät. Also zusammen war es 30 Euro. Ja. Ich glaube, was wollte ich jetzt machen? Genau. Wir sind immer noch am selben Checkpoint eigentlich fast. Wir haben glaube ich einen einzigen geschafft. Ja, ich habe gesagt, gegen die Nerven trinken wir jetzt einen Krabber. Weil uns ist auffallen, dass wir eventuell, ne, uns ist es nicht auffallen, wir sind einfach schlecht, das ist das Problem. Ich kann mich jetzt nicht rausreden. Und deswegen, also, cheers. Tschüss. So, neul damit. Das ist ein richtig greiflicher Tropfen. Boah, der haut es halt nassfrei. Und bei meiner Nase ist das schon mal Kunst. So. Bei Grappa denkt man immer, das ist so leckeres, teures Zeug. So. Ne, das Ding ist einfach nur 3, 4 Euro beim Rehweg. Ich würde mal nachladen, erzähl es aber keinem. Ich lad nie mal. 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 Ich wollte es gleichzeitig sagen, ich lad nie nach und ich lad niemals. Das ist genau. Ja, genau. Das würde ich sagen. Aber irgendwie. Hey, hey, hey. Super. Hättest du es nachgeladen, hättest du mich vielleicht mal ein bisschen unterstützen können bei einem Feuergefecht, weißt? Ich hab die unterstützt. Seelisch. Ich hab dir gut zugeredet. Sexuell auch. Du bist sexuell ein richtig cooler Typ, Mann. Du hast einen richtig netten Charakter. Das ist ein echt netter Typ. Der ist hässlich wie die Nacht, aber hat einen richtig super Charakter. Hässlich wie die Nacht, aber ist super nett. Den heiraten. Genau. Also, ich bin... Getschaun. Love. Der ist gerade im Superschuss nicht verreckt. Was ist denn das für ein krasser Typ? Oder ich hab einfach nicht getroffen. Ich glaub, das ist eher... Du hast gerade geschrieben, ich bin ein Mädchen. Äh, das ist meine Marke Kostasche in Ruhe. Meine Figur ist ein Mädchen, das wollte ich damit zeigen, ich bin ein Mädchen. Retina draus. Du hast gerade geschrieben, ich bin ein Mädchen. Ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Nee, der Alex ist eine wunderschöne Prinzessin. Damit schönen Gruß an Alex. Der Alex ist eine Prinzessin. Aber eine richtig egelhafte. Richtig geil. Heilige Prinzessin. Aber hey. Kann ja nicht jeder Sintervater sein. So, mir hab so das Gefühl, wir hauen irgendwo hin. Ich seh auch nix. Ich glaub, man muss jetzt dann wirklich mal den... Die scheiß Helligkeit einstellen. Ich hab keine Ahnung, wo... Irgend... Wurden die grad einfach da rausgespielt, oder? Ja. Da ist Autopieps, das ist gut. Wenn ich den mal treffen wird, weil ich ein Schuss reicht, aber 40 Jahre später und ich hab ihn immer noch nicht getroffen. Ah, fliegt er. Kann jetzt kein Läufer mehr raus. Egal. So. Jetzt hab ich grad hart daneben geschossen, aber so hart. Ja, macht nix. Ich schieß drauf und immer so einen knappen Zentimeter neben das Gesicht von denen. Aber renn, renn du zurück, renn zurück und triff nicht. Natürlich, natürlich. Hauptsache 40.000 Patronen rausgeschossen. Das hat angenommen, dass es grad wehgetan hätte. Ne. Ne. Hast du das Autorad verschoben? Klar, Mann. Aber geht das noch zurück? Ist ja auch, das Auto zu verschieben. Wir haben Leute zu verschieben. Halt mal, hey, das geht voll gut, das Auto zu verschieben. Und im Hintergrund. Ja. Ja, Herrschaft. Du musst auch die Finessen des Spiels einfach mal ein bisschen den Programmierern zugutehalten, dass die einfach sich gedacht haben, hey, wieso nicht, lass mal mein Auto verschieben. Aber jetzt geht's glaub ich nochmal. Oh, ja, ich komm ja schon. Komm jetzt, scheiß drauf, das Auto. Ich scheiß dir echt gleich aufs Auto. Ich scheiß dir aufs Auto, Mann. Jetzt kommen glaub ich viele, oder? Halt erstens. Boah, das wär ein fetter Typ. Wir sollten einfach langsamer vorgehen, oder? Ich glaub auch, wir rennen immer. Wir rennen immer so durch, wie so ein... Wieso durchrenner? Wieso durchrenner, wie so Schweinehorde, wollte ich sagen. Aber ich dachte nur, wieso Schweinehorde? Wo gibt's schon eine Horde von Schweinen, die rennt? Ich weiß nicht. Ja, mir fällt jetzt auch dazu keine. Also, wir kommen jetzt auf Rennen, wir rennen immer so durch, wie so eine Schweinehorde. Ich finde es immer geil, wie die Zombies so gehen. Oh, Vorsicht, da komm. Grüß Gott. Oh, da hinten auch. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ich habe eine Granate, 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 Granate. Oh nee, das hab jetzt nur ein Flair-Ding geworfen. Egal. Ein Glück. Jetzt gibt's aber Granate. Das reicht mir jetzt nämlich. Mir reicht's jetzt nämlich, gell? Aber wir müssen weiterkommen als vorher schon. Nee, ich hab einfach nochmal eine Flair geschmissen. Wir müssen einfach mal mehr drauf achten, dass wir nicht sterben. Ich hab jetzt nämlich eine Taktik für dieses Spiel rausgefunden. Wir müssen echt drauf achten, dass wir nicht sterben. Okay, clever. Hätte ich das vorher gewusst. Oh, fuck ey. Bist du auch? Oh. Warte, warte, warte. Wir haben nicht viel Leben, also haben wir überhaupt kein Leben mehr. Wir sind beide total am Arsch einfach. Sagen wir, wie es ist. Ist der Bereich jetzt sicher? Können wir jetzt... Ah, wir können jetzt durch. Halt, ich muss erst mal alles absuchen. Ich brauch Kohl. Ich brauch Kohl. Kohl. Beste Grünkohl. Broccoli, Rosenkohl. Alles, was Kohle... Kann man das Auto auferschieben? Kohls. Was ist die Mehrzahl von Kohl? Ist das Alkohol? Ist das so eine unbestimmte Menge? So wie Zucker? Das ist wie Penis, Penis und Penaten. Ah. Ja, ja. Ich glaub, wir haben's. Hey. Mission beendet. Wir haben den Anfang beendet. Auf Wies und Trophäe erhalten Teamwork. Zielzeit 15 Minuten. Wie lange haben wir gebraucht? Zeit über Ziel. Ja, hey, warum nicht? Geht heute den Zombies 462. Ja, wir haben jetzt auch fast drei Folgen gebraucht. Das sind ja... Wie viel? Ja. Ja. Bonus Multiplikator. Egal. Wen juckt's denn? Das haben wir jetzt eigentlich geschafft. Zugriff auf Online-Server. Ja, das sieht man. Ist mir doch scheißegal. Ja. Bist du mit der Nächsten? Ja. Nee, das war's. Danke. Niedermäten. Das ist ein gutes Wort dafür. Justice. Justice. Boah. We drove to what's about soon forever. Boah, der... Mein Charakter ist ja hässlich in der Nacht. Keine Ahnung, wieso. Der ist richtig hässlich. Wieso musst du deine Sonnenbrille im Dunkeln tragen? Ach, das ist so ein Duschbag, Mann. Der in Clubs auch immer mit der Sonnenbrille tragen. So, weißt du, Disco-Pumper mäßig, oder? Ja. So, die es für 2 Euro bei H&M gibt. Die Sonnenbrille, weißt du, diese ganz normalen Standardgestelle, die jeder hat. Also diese, wie heißen sie, Fliegerbrille? Nee. Doch. Ja, aber ich meine, es ist der andere. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man die nennt. Wenn du brennst, renne wie der Teufel, dann geht das Feuer aus. Das habe ich aber damals anders gelernt. Wenn du brennst, musst du auf dem Boden rumrollen. Auf dem Boden läuft mit rollen. So, geht noch ein bisschen. Ja, geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir können nochmal die nächste... Wo sind wir denn? Innenstadt. Innenstadt. Und wir sollen zu dem Boden gehen. Geht zur Polizeiwache und versucht, ein Funkgerät zu finden. Nichts mache. Ich werde jetzt erst einmal Schrotflinte auf. Da will die aber Feuergeschwindigkeit erhöhen, oder? Oder das Magazin vielleicht. Feuergeschwindigkeit. Oh ja. Und die hätte gern mehr als... Du hast 5 Schuss. Jetzt habe ich 5 Schuss? Ja, im Magazin. Und im Moment kann ich 15 tragen. Okay. Gibt es eigentlich schon irgendeine Aus... Jetzt habe ich dich gerade treten. Tut mir leid. Stimmt, ich trete mich. Wir haben noch nichts Neues gekriegt, ne? Nichts, ne? So, ich... Nichts, nicht da. Nicht. Erstmal Bräu. Nicht. Ein Klugbeizte, man ihn reiten, die jeden 14. Das ist im Fall. Aha. Aha. Ich glaube, da bin ich aber zu unfähig dafür. Das ist wirklich super. Ich glaube, ich kenne mir auch eine Schrotflinte. Und dann nix mehr. Ein bisschen Munition habe ich immer noch. Abysala Monizion. Abysala Monizion. Abysala Monizion. Abysala Monizion. Monizion für meine gute Freunde. Apropos gute Freunde. Ja. Krabber. Okay. Muss ich aber einschränken. Ja. Du musst ein bisschen tanzen. Ja. Das erinnert mich gerade irgendwie an dieses KIZ-Lied. Wie heißt das? Ich möchte Geld essen. Geld essen. Nein, wie hat es geheißen? Dieses mit dem MC Boogie. Hä? Ja, ja. So, wenn wir tanzen um die... Um das Feuer und mit einer Polizei riss Sirene oder so einen Scheiß. Und das... Das ist synchronisiert mit dem Lastwagen. Ja, ja. Das ist wirklich entgegen. Ja, ja. Das ist so. Weil Gegenkraft folgt... Ich halte die Schnauze. Passt schon. Also, liebe Leute. Tschüss. Aufs nächste Level. Tschüss? Nein, cheers. Cheers. Also, liebe Leute. Tschüss. Was? Cheers. Naja, eigentlich haben wir schon 10 Minuten. Ich glaube, wir trinken jetzt den. Und dann... Zwingen wir weiter in der nächsten Folge, was die Innenstadt so bringt. Tschüssi. Also, Prost. Tschüssi. Und bis später. Servus. Mach's gut. Mach's gut. Oh, der ist lecker. Oh. 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 Vielen Dank.